weiter. Online wählen würde das Ganze vielleicht vereinfachen, aber so weit sind wir noch nicht. Wer unterwegs im Internet surfen möchte, guckt meist nach sogenannten Hotspots, also möglichst kostenlosen WLAN-Netzen, in die man sich dann mit seinem Laptop oder Smartphone einwählen kann. In vielen Ländern bereits Gang und Gäbe, hier bei uns gibt es noch viel zu wenige. Zwei Paderborner haben deshalb Freifunk Paderborn gegründet. Online im Grünen. Stella und Stefan surfen im Park. Hier im Pader-Quell-Gebiet gibt es jetzt frei zugängliches WLAN. Also ich habe letzten Sommer hier oft gesessen mit meinem Laptop, mit einem Stick, um halt ins Internet zu gehen und jetzt das so zu nutzen, das ist sehr sinnvoll. Umsonst ins Netz in ganz Paderborn. Davon träumen Tobias Hades und Micha Pekruhl. Die beiden haben Freifunk Paderborn Anfang des Jahres gegründet. Mittlerweile machen schon fast 100 Leute mit. Durch das ganze Feedback, was man von den Personen kriegt, die es nutzen oder die es unterstützen wollen, sporn das natürlich an. Das ist eigentlich relativ angenehm, wenn man eine Idee hat, die dann so extrem Anklang findet wie hier in Paderborn und das motiviert natürlich zum Weitermachen. Heute installiert Tobias Hades einen weiteren Router für das Pader-Quell-Gebiet. Michael Mulack teilt seinen Internetanschluss mit allen Parkbesuchern. Welche Stadt hat halt so den kürzesten Fluss zu bieten und in Verbindung mit einem offenen WLAN. Das ist ja was ganz Besonderes eigentlich und so gesehen ist das eine Bestätigung, wenn halt Leute unten sitzen, die halt hier angeschlossen sind über das WLAN und eben freisurfen können. Alles, was man für Freifunk braucht, ist ein Internetanschluss, eine Flatrate und einen zusätzlichen Router. Freifunk Paderborn und der Chaos Computer Club kümmern sich um die Installation und die Sicherheit. Der Router tunnelt über einen sicheren Kanal zu einem zentralen Knoten von uns und erst der geht dann wirklich ins Internet. Das heißt, nach außen hin taugten nur unsere zentralen Knoten auf. Einzelne Nutzer können darum nicht zurückverfolgt werden. Der Freifunk funktioniert anonym. In Zukunft wollen Tobias Hades und Micha Pekruhl an immer mehr Orten in Paderborn kostenloses Internet einrichten. Der Idealzustand ist natürlich, dass möglichst in fast jedem Haushalt so ein Gerät steht, um eben dieses flächendeckende Netz möglichst etablieren zu können. Wir haben jetzt erstmal 100 gekauft, versuchen die noch unter die Leute zu bringen und bestellen dann bei Bedarf noch mehr. Aber so wie es momentan aussieht, sollten die 100 Router recht schnell verkauft sein. Wer mitmachen will, muss einen Router für 15 Euro kaufen. Gewinn machen die Freifunker damit nicht. Aber mit jedem Router kommen sie ihrem Traum ein Stückchen näher. Freies WLAN in ganz Paderborn. Und davon haben ja dann schließlich alle was in Paderborn. Carola Sieling ist zu Gast bei mir im Studio. Sie ist Fachanwältin für IT-Recht. Schönen guten Abend. Man muss ja unterscheiden zwischen denen, die das freie WLAN nutzen und denen, die es bereitstellen. Bleiben wir zuerst mal bei den Nutzern. Die haben natürlich kostenloses WLAN. Das ist mal super. Gibt es dann auch irgendwelche Risiken für die Nutzer? Ja, also grundsätzlich ist ja bei der Nutzung von freien WLANs das Problem, dass natürlich auch Daten über die Leitungen laufen und vermutlich auch nicht verschlüsselt sind. Wie genau der Freifunk das in Paderborn macht, weiß ich auch nicht. Müsste man mal nachfragen. Aber Bankgeschäfte würde ich jetzt darüber nicht abwickeln. Also keine sensiblen Daten, wie es immer so schön heißt. Genau. Würden Sie das selber nutzen, so ein Freifunknetz? Ja, generell schon. Zum Surfen oder was man auch immer so im Internet tut. Generell ist natürlich auch die Freifunkidee auch noch eine andere, so eine urdemokratische. Also nicht nur das Internet nutzen, sondern auch ein Bürgernetzwerk aufzubauen. Und klar, das finde ich gut. Wir haben es gerade gehört, die Daten werden anonymisiert. Ist das überhaupt erlaublich? Wusstest du das gar nicht? Ich habe gedacht, man muss da immer wissen, wer da dran ist. Nein, also gerade die Anonymisierung ist ja auch von der Regierung so vorgesehen seit letztem Jahr und forciert worden, damit die Daten nicht ausgespäht werden können. Also das ist auf jeden Fall kein Verstoß. Das TMG sieht sogar vor, für einige Fälle, dass Dienstanbieter anonymisieren müssen. Aber wenn illegal Daten runtergeladen werden, habe ich zumindest mal gelernt, muss derjenige, der das Internet zur Verfügung stellt, haften. Das ist ja schwierig, wenn es anonym ist. Das ist richtig. Also der Freifunk, wenn ich das jetzt so im Beitrag richtig verstanden habe, in Paderborn macht das jetzt so, dass das wohl über einen Gateway in ein anderes Land in die Daten gebracht werden und mir sozusagen die IP-Adresse oder die IP-Adresse anonymisiert wird und deswegen auch die Zurückverfolgung genau zu meinem Haushalt nicht funktioniert, nicht stattfindet. Also rechtlich problematisch ist das erstmal nicht. Das ist ja dann ganz schön. Worauf muss man achten, wenn man selber seinen Router zur Verfügung stellen will? Kann man sich darauf verlassen, dass sich dann niemand in seinen eigenen Computer einheckt? Also da muss man sich, also dieser eigene, also der Freifunkrouter ist ja unabhängig erstmal eigentlich von dem eigenen Netzwerk, kann man ja zur Verfügung stellen. Und wenn man das möchte und mit dem eigenen Netzwerk noch verbinden möchte, dann müsste man IT-Spezialisten fragen, um das entsprechend abzusichern. Das geht sicherlich, ja. Also Sie sehen keine Sicherheitsbedenken, wenn man sichern die Regeln hält? Genau. Das Problem ist natürlich, wenn Dritte das Internet so nutzen, wie es eigentlich nicht vorgesehen ist. Also Thema File-Sharing, urheberrechtlich problematisch. Aber das ist dann natürlich ein anderer Bereich. Das ist ein anderer Bereich, genau. Aber sonst erstmal. Dankeschön. Dankeschön für den Besuch im Studium. Vielen Dank für die Einladung.